Top Gun Maverick ist aus meiner Sicht besser und schlechter als der erste Teil und hier ist meine Analyse und Kritik dazu. Hi, mein Name ist Peter Fram und heute gucken wir uns mal Top Gun Maverick an und wie ich den finde. Ob sie es wieder versaut haben, wie so viele Aufgüsse und Remakes und Sequels in den letzten Jahren, oder ob das Ganze funktioniert, wie sind die Männer, wie sind die Frauen, wie ist die Action, wie ist der Humor und die Story. Haben sie wieder Political Correctness und Wokeness krampfhaft mit reingeschustert ohne Ende oder darf er noch derselbe erfolgreiche und schamlose Mistkerl wie im ersten Teil sein. Davon habe ich auch eine Analyse gemacht von dieser Mistkerlichkeit, wie ihr da die Ische anflirtet, verlinke ich euch unten in der Beschreibung und falls ich es vergessen sollte, dann sucht es euch halt selbst raus. Und wie immer gibt es dann am Ende auch noch mal eine Bewertung und ich bin auch mal auf eure Kommentare gespannt, ob ihr mir da zustimmt oder nicht. Deshalb gerne ordentlich in die Tasten hauen. Also fangen wir mal an. Ich fand den zweiten Teil seriöser, erwachsener, ernsthafter und auch weniger, wesentlich weniger trashig als den ersten Teil, aber insgesamt auch irgendwie weniger spaßig und halt noch mal sehr dasselbe wie der erste Teil von der Handlung her. Es ist ja schon eine halbe Kopie oder mehr als eine halbe Kopie. Und ich habe auch danach, ich kam dann aus dem Kino raus und habe dann danach direkt noch mal den ersten Teil geguckt und fand den dann besser, als ich erwartet hätte, besser, als ich ihn im Gedächtnis hatte auch. Ja, ich habe den ewig nicht mehr ganz geguckt. Und vor allem fand ich den wesentlich spaßiger, weil er halt trashiger, lustiger, alberner, misskerliger und so weiter war und es rumgeflirte und so weiter, was im zweiten Teil ein bisschen anders war. Ja, weniger erwachsen, mehr auch von diesem trashigen, kindischen, 80er-Macho-Klischee-Blödsinn. Diese Cringe-Szenen aus dem ersten Teil. Also der bessere und erwachsenere Film ist ganz klar der zweite Teil, meines Erachtens zumindest. Aber mehr Spaß hatte ich beim ersten und für so einen lustigen Filmabend mit ein paar Freunden, habe ich so überlegt, da würde ich, glaube ich, immer zum ersten Teil greifen, weil es einfach gultiger und beknackter und lustiger und trashiger ist. Ja, dann legen wir mal mit den Einzelaspekten des Films los. Und zwar fangen wir an mit Tom Cruise und seiner Rolle selbst. Also erstmal sei gesagt, er darf seine Eier behalten. Er ist jetzt kein alter weißer Mann, der jetzt nur noch auf die Mütze bekommt, nichts mehr auf die Kette kriegt, nichts mehr drauf hat und jeder verdammte Grünschnabel ist ohne Training besser als er, wie das bei den Star Wars Sequels so war. Sondern er ist immer noch der Beste, hat es immer noch drauf, fliegt dann den Haupteinsatz am schnellsten und selbst und ballert die jungen Hühner alle ab und so weiter und so fort. Er darf auch noch cool sein, er darf auch noch Erfolg mit Frauen haben. Das heißt, hier haben sie die Figur schon mal respektiert und die Fans nicht angeschmiert, wie das bei den ganzen anderen Sequels so war. Aber er hat sich auch ein bisschen verändert und zwar ist er auch erwachsener geworden, was aber auch eine gute Fortführung ist, denn er ist ja jetzt nicht mehr 25. Er ist auch schon noch ein bisschen misskerlig hier im zweiten Teil, aber wesentlich weniger als im ersten Teil, auch weniger hitzköpfig. Und ist ja auch logisch und gut gemacht. Wenn du mit 60 immer noch der gleiche Hitzkopf wie mit 25 bist, dann hast du halt was falsch gemacht. Aber weniger spaßig ist es dadurch trotzdem, muss ich sagen. Im ersten Teil, das war ja das Witzige und das Interessante und das Gute daran. Ja, so dieses große Ego, der Schwätzer, das Hitzköpfige, der Draufgänger, immer nur der Zweite, trotz Talent. Und das muss er dann überwinden, daran muss er dann wachsen und erwachsener werden und so weiter. Das ist hier weniger, so diese Entwicklung. Aber auch wieder zu Recht muss man sagen, denn er ist ja nun mal nicht mehr neu dabei, sondern schon ziemlich lange und die Persönlichkeit sollte entwickelt sein. Von daher finde ich, ist das durchaus gut weitergeführt. Und auch in Würde die Figur und damit, wie gesagt, die Fans respektiert. Hier im zweiten Teil ist dabei allerdings halt das Problem, dass er halt hier als Legende schon startet und so bleibt es auch. Es ist dann so gemacht, dass nicht jeder ihn kennt und so weiter, obwohl sie ihn eigentlich kennen müssten. Ja, finde ich auch okay. Ist halt so im zweiten Teil, geht ja schlecht anders. Aber wie gesagt, das macht halt den Spaß des ersten Teils aus, dass er erst noch zur Legende werden muss und diese Hitzköpfigkeit überwinden muss. Die aber auch durchaus gute Sachen hat, was ja auch ein interessanter Aspekt war. Und deshalb fand ich es im ersten Teil, siehe meine Analyse dazu, auch durchaus überraschend interessant und gut gemacht, wie er da beim Date mit der Ische auf einmal so relativ erwachsen und sympathisch dahergelabert hat. Sie hätten ihn ja auch nur als Draufgänger darstellen können, haben sie aber nicht gemacht, was ich durchaus ganz gut fand. Und dieses Erwachsene, das hat aber hier im zweiten Teil durchaus recht, halt die Überhand, was auf Kosten des Spaßes geht. Das liegt aber auch zu einem Großteil an der Ische aus dem zweiten Teil, beziehungsweise der Konstellation, dass sie eben nicht brandneu ist und seine Vorgesetze und so weiter. Ja, da konnte er im ersten Teil ja ziemlich Mistkerl sein und da rumflirten und so weiter. Da komme ich später noch zu, dass das hier leider ein bisschen ausgehebelt wurde. Dann diese Kabeleien untereinander, die im ersten Teil meines Erachtens so witzig waren, weil es halt auch so 80er Jahre Klischee, Macho, Trash war, fand ich witzig. Die haben sie dann im zweiten Teil auf die jüngere Generation verlegt oder verlegen müssen. Das passt halt zu 60-Jährigen schlecht. Auch wenn die sich auch ein bisschen kloppen da hier mit seinem Vorgesetzten und er dann so ein bisschen frech ist, also ganz haben sie es nicht fallen lassen. Aber so diese Klischee, Macho, wer ist hier der beste Kabeleien, die haben sie auf die jüngere Generation verlegt, aber das hat für mich nicht so gezogen. Dafür waren mir jetzt diese jüngeren Charaktere größtenteils zu farblos und langweilig. Ich wusste am Anfang gar nicht, wer es denn jetzt wäre, weil die alle so ähnlich waren. Das fand ich im ersten Teil zwar genauso peinlich, diese Dialoge wie ich bin hier der Beste und stellt euch hinten an und bla bla bla. Also diese 80er Jahre Klischee, Macho, Kram. Den haben sie halt hier in den zweiten Teil auch nochmal versucht, so reinzuschustern, auch so 80er-mäßig, aber fand ich dann ähnlich affig wie im ersten Teil. Aber im ersten Teil macht es halt Spaß wegen Trash-Faktor und hier in dem erwachsenen zweiten Teil wirkt es teilweise ein bisschen deplatziert. Ein erwachsener Film und dann diese 80er-Klischee-Sprüche. Zumindest da, wo sie es genauso wie im ersten Teil machen wollten. Und da kommen wir auch jetzt zum nächsten Punkt heute und zwar dem Thema Nostalgie. Nostalgie und das fand ich zweigeteilt. Die Rückblenden, die hier benutzt wurden im zweiten Teil, die fand ich hier sehr gut und passend. Anders als das bei Matrix 4 war, da fand ich das völlig deplatziert. Zieht euch gerne meine Analyse dazu rein. Aber wenn sie es genauso machen wollten wie im ersten Teil, dann fand ich es ähnlich peinlich, wie eben gesagt. Zum Beispiel wie der Sohn vom Goose, der im gleichen Hemd, in der gleichen Brille, mit dem gleichen Pornobalken, mit dem Schnorres da reinkommt und auch noch das gleiche Lied dann am Klavier spielt, das Great Balls of Fire. Das war mir dann zu viel Kopie und zu viel, komm wir machen es nochmal genauso wie das Original. Da hätte ich es besser gefunden, wenn dann, was weiß ich, nur der Schnorres ein anderes oder ein bisschen anderes Outfit, ein bisschen anderes Rock'n'Roll-Lied, dann hätte ich es wieder gut gefunden, wenn es mehr so eine Hommage gewesen wäre, statt eine Kopie. Und bei der Volleyball-Szene, da haben sie es ja durchaus gut gemacht, fand ich, dass sie es da dann in Football am Strand umgewurschtelt haben, mit allen zusammen. Also nicht genau die blöde Eins-zu-Eins-Kopie, sondern eben eine Hommage an die Szene, aber durchaus auch was Eigenes. Da hätte ich es aber besser gefunden, wenn sie irgendeinen Rock-Klassiker oder sowas genommen hätten, statt ein aktuelles oder halb aktuelles Lied. Da mit dem Motorrad, die Nostalgie fand ich es ganz gut gemacht, dass man die alte Kiste nochmal sieht und das durchgestrichene 55 Meilen hinten drauf. Und dann danach hat er aber eine aktuelle Maschine und auch mit einem 190er Hinterreifen, endlich, das habe ich in meiner Analyse zu Unrecht bemängelt, dass er da so ein Mini-Reifchen hinten drauf hat, bis ich dann in den Kommentaren belehrt wurde. Das war eben damals der breiteste Reifen, den es gab. Konnte ich ja nichts wissen. Aber generell, wie gesagt, fand ich die Nostalgie hier gut gemacht, vor allem mit den Rückblenden, auch wo man nochmal die McRyan und die Kelly McGillis auch gesehen hat und ihn, also den Sohn von Goose, auch nochmal als Kind. Und auch die Fotos ständig fand ich super, fand ich gut gemacht, auch am Ende fand ich richtig gut. Außer, wenn sie es versucht haben, eins zu eins zu kopieren. Dann kommt das nächste Thema und zwar die lieben Ischen, die Damenwelt. Und da fand ich es erstmal komisch, dass die Kelly McGillis überhaupt nicht auftaucht. Ja, die taucht ja in Rückblende schon auf, aber wird dann null erwähnt, null Erklärung, wo sie dann verschwunden ist. Das fand ich ein bisschen blöd, da hätte man sich was einfallen lassen können, finde ich. Und dann die Jennifer Connelly, die finde ich eigentlich sehr gut. Richtig gute Schauspielerin, aber hier war sie halt so ein bisschen unterfordert, sage ich mal, so ein bisschen 0815 Rolle. Außer in diesem Gespräch nach dem Sex, das fand ich ganz okay, als sie dann über die Tochter gequatscht haben und über den Sohn von Goose und so weiter. Ja, so ein ernsthaftes Gespräch, das fand ich durchaus gut. Aber sonst halt ein bisschen sehr, sehr farblos. Was ich aber generell gut fand, ist, dass sie mal eine 50-Jährige genommen haben, ja, nicht immer die 20-Jährige dann daran. Ich habe da auch kein Problem mit, wenn die Frau jetzt 30 Jahre jünger ist als der Star. Habe ich persönlich jetzt kein Problem mit, aber ist ja auch für die älteren Schauspielerinnen. Auch wenn die natürlich nicht wie 50 aussieht, muss man auch dazu sagen. Ja, aber die Kelly McGillis haben sie nicht genommen, weil die ein bisschen anders aussieht. Aber fand ich durchaus gut, dass sie die genommen haben. Aber hätten sie halt ein bisschen geiler machen können, das Ganze. Also waren so, ja, war so ein bisschen seichtes Geplänkel. Und er war hier auch ziemlich wenig Mistkerl, sondern eher so der liebe Nette, was aufgrund des Alters auch wieder okay war. Aber das macht halt auch einen Großteil des Spaßes des ersten Teils wieder aus. Ja, dieses Rumgeschäckere mit der Lady und das, ja, diese Hauptmistkerl-Szene, vor allem wie aus der Analyse mit dem Mick und dem Foto und wie er dann aufsteht und sie mit der Sonnenbrille angrenzt wie so ein blöder Hund. Und das fehlt halt hier, weil die sich aber auch schon lange kennen. Ja, da hätte ich es besser gefunden, wenn sie entweder eine Kollegin oder eine Vorgesetzte auch wäre und die beiden sich da erst kennenlernen, ja, kennen sich noch nicht, so wie es im ersten Teil auch ist und sich da den halben Film dann so lustig kabbeln und die die Sprüche um die Ohren hauen und dass sie aber auch keine Zicke, sondern sympathisch dabei bleibt. Das hätte ich, glaube ich, viel besser gefunden als, ja, die kennen sich schon und es ist halt, ja, so ein bisschen seicht und plätschert so dahin. Ja, oder wegen mir hätte sie auch, ja, die Bar halt haben können, keine Vorgesetzte und er lernt sie dann da neu kennen und dann da die Kabeleien untereinander. Wäre aber nicht so lustig, wäre nicht so gut, als wenn sie halt eine Vorgesetzte oder eine Kollegin wäre. Ja, damit einfach diese ersten Flirt- und Kennenlernmomente noch mit drin sind, die sind ja im ersten Teil mit drin und die sieht man halt hier im zweiten Teil nicht und dadurch wird es halt ein bisschen erwachsener. Was dem Film, wie gesagt, in Sachen Qualität wahrscheinlich durchaus gut tut, aber ein bisschen mehr Spaß wäre es gewesen. Ja, macht schon Spaß. Ja, macht schon Spaß. Dann kommen wir zum nächsten Thema und zwar dem Political Correctness und Wokeness-Kram. Und das haben sie sehr gut gemacht, das heißt, hier geht überhaupt nichts auf die Nerven. Er darf, wie gesagt, Mann bleiben, er darf auch erfolgreich bleiben, er darf erfolgreich flirten. Er darf generell kompetent sein, obwohl er ein alter, weißer Mann ist. Auf sein Alter wird er auch mehrfach angespielt und dass er ja eine aussterbende Zunft ist und so weiter, aber nie negativ, sondern es wird immer klar gesagt, dass er es immer noch drauf hat oder gezeigt wird es auch und dass er immer noch gut ist und sogar besser ist als die jungen Hühner, weil der Wert der Erfahrung, da kommen wir nachher nochmal zu. Und er darf auch eine Männerfreundschaft haben mit Iceman, ja, das sind dann nicht beides Antisemiten und was weiß ich was, ja, sondern man darf noch eine Männerfreundschaft haben, um Gottes willen. Gute Szene auch zwischen den beiden, fand ich. Und was sie auch gezeigt haben, er darf auch mal missbauen oder emotional oder zweifelnd sein, ohne Arbeit dabei zu einer Pussy zu werden und die Eier zu verlieren. Ja, haben sie gut gemacht. Insgesamt zu dem Woke-Thema noch, sehr angenehm, keiner wechselt hier das Geschlecht wie die Unterhosen. Es darf jeder auch hetero bleiben, ohne dass irgendwas explodiert. Das gebe ich zu, das ist ein gefährliches Pflaster. Antisemit! Hast du die schon distanziert? Ne, die sind von mir. Ne, du musst dich distanzieren. Die eine Frau haben sie als Pilotin dabei und da kommt es für mich immer darauf an, ob das realistisch ist. Können Frauen das? Diese G-Kräfte aushalten, weiß ich nicht genau, ob das geht. Wenn es geht, wenn Frauen das genauso gut können, dann ja, warum nicht ein paar Frauen mit dazunehmen. Und wenn es nicht geht, dann finde ich es so ein bisschen Woke-mäßig. Ja, es muss doch eine Frau dabei sein, damit die Social Justice Warrior nicht wieder ausrasten. Und wenn das möglich ist mit den G-Kräften, dann fand ich es gut gemacht, wie die Frau eingebunden wurde, denn die hat genauso eine große Schnauze wie die Typen. Fällt da jetzt nicht groß auf, ist jetzt nicht groß anders, ist auch jetzt nicht cleverer und hat immer die Lösung oder wird dann bevorzugt oder ist dann viel besser als alle anderen, sondern ist einfach ein Teil des Teams. Fand ich dann gut gemacht. Dann der nächste Punkt ist die Jennifer Connelly, also seine Haupt-Ische. Ist sympathisch und angenehm. Die kann jetzt nichts wesentlich besser oder fliegt dann den Endfight und so weiter, weil sie es ja besser kann. Oder macht ihm ständig die Hölle heiß und er ist wieder ein alter weißer Mann und was weiß ich was. Ja, und muss dazu Kreuze kriechen, also nichts davon. Und vor allem, jetzt kommen wir mal zu dem Hauptpunkt, was angenehm war in Sachen Wokeness und mangelnde Political Correctness. Und zwar wurde der Wert von Härte, von Training, von Anstrengung, von Stärke und von Erfahrung stark gewürdigt im Film und sogar besonders betont. Sicherheitsdienst. Das ist eine Schande, das ist genau wie das Schreddern von Küken. Das hat so gut getan, dass die die Grünschnäbel, auch wenn es gute Piloten sind, aber werden eben als Grünschnäbel auch gezeigt und benannt und dass sie was lernen müssen und nicht wie bei Star Wars, wo eben jeder komplett ohne Training, also in den neuen Star Wars Filmen, komplett ohne Training einfach so alles besser kann, warum auch immer, weil es halt junge Frauen sind. Ja, du darfst dagegen junge Frauen nichts sagen, weil Women are always wonderful und die können ja immer alles und die müssen nicht trainieren oder mal auf die Schnauze fallen oder was lernen. Die können das halt einfach so. Achso, das ist ja wunderbar. Ja, deshalb sind diese neuen Filme alle scheiße, weil der Wert der Anstrengung und des Trainings und der Erfahrung und des Besserwerdens nicht mit drin ist oft. Und dann sagt der Tom Cruise, sagt auch irgendwann mal, als sein Vorgesetzter sagt, ja das sind die Besten der Besten hier, dann sagt Tom Cruise sowas in der Richtung wie, das haben sie vielleicht ein bisschen zu oft gehört, dass sie die Besten der Besten sind. Und das fand ich sehr gut. Ja, stellt die so ein bisschen als verhätschelte Kinder hin, die nur Lob bekommen haben und keine Ahnung vom Ernstfall haben und auch keine Erfahrung auf dem Buckel haben. Und das beschreibt ja die junge Generation heute perfekt. Und was ich auch gut fand, war dieses ständige Pochen auf die G-Kräfte. Ja, dass man das lernen muss, das auszuhalten. Dass es nicht jeder Affe einfach so kann, sondern dass man das lernen muss. Ja, das tat ebenfalls gut. Und politisch ist der Film insgesamt auch relativ unwoke. Dafür halt ähnlich wie im ersten Teil mehr oder weniger ein Werbefilm fürs Militär. Trotzdem aber angenehm unpolitisch für mich und keine bekackten Lektionen die ganze Zeit. Ja, wer jetzt der Gute ist und so weiter. Auch wenn das wegen Militärwerbung im Subtext natürlich schon ordentlich mitschwingt, aber halt nichts Nerviges auf die Nase, wie man zu denken und zu fühlen hat. Ihr macht mich traumig, daneben nicht. Dann haben wir als nächsten Punkt die Action und das war sehr, sehr gut. Im zweiten Teil auch besser als im ersten Teil. Und vor allem die ganzen echten Effekte. Das heißt, man sieht da die Schauspieler wirklich in den Maschinen sitzen und die G-Kräfte über sich ergehen lassen. Und ja, die sind nicht selbst geflogen, sondern die hocken hinten drin. Die haben es halt anders gefilmt. Aber trotzdem war das ziemlich geil. Und da kann man auch empfehlen, den Film im Kino zu gucken. Das macht da schon was aus, auch der Sound. Und das Finale und insgesamt diese Szenen, so gut wie sie waren, aber ich fand es auch teilweise, ich weiß nicht, ob es euch da genauso geht, aber so ein bisschen ermüdend auch manchmal. Das heißt ja immer dieses hin und her und links und rechts und rein und raus. Also man sieht nicht unbedingt immer alles, aber man sieht halt, da haben sie halt Wert drauf gelegt. Die Schauspieler sitzen da drin, das ist handgemacht. Das ist richtige Action und kein Greenscreen-Entfernung. Und ich selbst bin noch mehr Fan von den Außenaufnahmen der Jets meistens. Das kommt hier auch vor. Aber halt sehr, sehr viel auch auf die Schauspieler genüsslich rangefilmt. Von unten nach oben genüsslich abgefilmt. Aber trotzdem ziemlich gute Action. Das hat mich jetzt aber im ersten Film auch nicht gestört. Ich fand jetzt nicht, dass das schlechte Action war. Und vor allem für damals war das sehr, sehr krass auch. Dann kommen wir zum nächsten Punkt und zwar dem Schauspiel. Und da fangen wir mit dem Herrn Cruise an und der war gut wie immer. Ich habe den jetzt meines Wissens noch nie großartig schlecht Schauspielern sehen. Im ersten Teil hier und da vielleicht ein bisschen. Aber der Szene mit der McRyan. Aber das ist auch Geschmackssache. Weiß nicht, ob er der Beste ist, aber wie gesagt, Schauspielert hier sehr gut. Hat mich nichts gestört. Die Frau Corneli spielt normal, aber farblos, die kann viel mehr. Dann der Kollege Miles Teller, der den Sohn von Goose spielt. Den finde ich eigentlich sehr gut. Der ist ein ziemlich guter Schauspieler, aber der bleibt hier auch recht farblos aufgrund der Rolle. Der hat hier nicht so viel Material bekommen, leider. Der kann wesentlich mehr. Man hat halt hier auch, ist auch so ein Kritikpunkt, kommt gleich noch bei der Handlung. Kaum was erfahren über ihn, relativ wenig erfahren. Da war auch kaum ein längeres Gespräch. Wer er jetzt ist, wie er jetzt ist, war halt einfach so der Sohn von Goose. Goose, kein wirklich eigenständiger Charakter. Und der Herr Goose dagegen aus dem ersten Teil, sein Vater, der war ja schon eindrücklich. Den hat man ja klar, hat man klaren Charakter wahrgenommen. Vor allem halt als Nice Guy-Kontrast zum Herrn Maverick, zum Herrn Cruise. Damit da die Wildsau ein bisschen mehr rauskommt. War ja ein sympathischer Typ und so weiter. Fand ich zumindest. Ich habe auch schon Rezensionen gehört und Analysen gehört, wo es hieß, ja im ersten Teil Goose ist auch eine Schablone. Fand ich gar nicht so, war so der typische Nice Guy. Dann kommen wir zum nächsten und zwar zu Glenn Powell heißt er, glaube ich, der Schauspieler des Hauptbösewichts am Anfang. Den fand ich erst nervig, vor allem diese ersten Szenen beim Billard in der Bar fand ich ganz schrecklich. Und dann später wurde es aber ein bisschen besser, als man dann gemerkt hat, okay, der ist doch ganz gut drauf. Und die anderen Jünglinge, die waren mir egal bis relativ langweilig. Ja, wie im ersten Teil auch, diese Nebenfiguren sind mir da auch wurscht. Ist mir scheißegal. Und dann kommen wir noch zum Hauptteil, würde ich sagen, was auch so die Kritik ausmacht. Und zwar die Handlung. Und da fand ich, dass ein Problem des Films ist, dass es halt so eine halbe Kopie des ersten Teils ist. Ja, relativ wenig eigenständiges. Das meiste ist ja von der Handlung her genau kopiert. Habe ich jetzt nicht unbedingt ein Problem mit, aber daran krankt es halt so ein bisschen, dass halt der erste Teil war was komplett Neues. Und der zweite Teil lebt halt sehr viel vom ersten Teil. Das heißt, ohne den ersten Teil ist der zweite Teil gut, ein guter Film. Aber würde halt nie irgendwie eine Legende werden oder sowas. Dann wäre es halt ein Tom Cruise Film von vielen, die ja alle oder viele ganz gut sind. Aber der erste Teil ist halt schon ein bisschen legendär. Dann ein Kritikpunkt ist auch diese Mission in den Bergen, wie bei Star Wars, wie sie die Bombe da reinschmeißen müssen. Das ist ja eigentlich eine interessante Mission und so weiter. Aber es war dann so oft dieses Ding und immer durch die Schluchten und immer wieder dasselbe und links und rechts und hoch und runter. Und irgendwann wurde mir das langweilig, als sie dann schon das zehnte Mal versucht haben, da schneller durchzufliegen. Und die Mission nochmal besprochen und nochmal besprochen. Also das würde ich bei einem zweiten, dritten und vierten gucken, glaube ich, immer vorspulen, diese Szenen, wie sie das besprechen. Da fand ich den Anfang besser, wie sie es gemacht haben, mit dieses sich gegenseitig abschießen. Vor allem, als er die dann alle nacheinander platt macht und abballert und dann die Liegestützen danach. Ja, das war so ein bisschen wie im ersten Teil. Das fand ich gut am Anfang. Da habe ich gedacht, ja, ja, genau, das ist so die Stimmung. Die lockere, witzige, positive, sich gegenseitig veräppelt Stimmung aus dem ersten Teil fand ich besser. Und dann wurde es halt sehr schwer und sehr ernst mit dieser Todes-Selbstmord-Mission. Ja, diese ständige Gefahr, alle könnten sterben, das war halt im ersten Teil ein bisschen anders. Fand ich einfach spaßiger und leichter im ersten Teil, weil es da ja mehr um Punkte ging in dieser Akademie. Wer ist jetzt der Beste und so weiter, sich gegenseitig Sprüche reinwirken. Es war halt so ein bisschen lockerer. Das ist Geschmackssache. Ja, man findet dann das besser, wo man mehr Bock drauf hat, denke ich. Aber im ersten Teil war dieser Ernstfall am Ende, als dann doch wirkliche Feinde auftauchen und einen abschießen wollen und abgeschossen gehören. Der war dann halt im ersten Teil eher so eine Überraschung. In Anführungsstrichen so wirklich überraschend war es auch nicht. Aber das war so ein bisschen außer der Reihe. Und im zweiten Teil jetzt war aber genau klar, nachher wird diese Mission geflogen. Und es war genau klar, so wird es passieren und sie schaffen es dann doch am Ende und so weiter. Dann gibt es noch ein bisschen was schief, aber sie schaffen es ja doch und er ist der große Held. Das war halt die ganze Zeit so 100 Prozent. Klar, das fand ich ein bisschen langweilig. Das hat sich dann ein bisschen gezogen und wenn man den öfter guckt, wird sich das, glaube ich, auch für viele ein bisschen ziehen, diese Szenen. Dann, was ich ganz gut fand im zweiten Teil, war dieses Ding mit der alten F-14. Weil sie die auf dem Stützpunkt klauen mussten und da übers Rollfeld latschen mussten. Das fand ich ganz gut, wie sie da hinrennen müssen und auf einmal theoretisch ja auch am Boden Feindkontakt hätten haben können. Das wäre so ein neues Element gewesen. So, oh, sie können auch von Feinden gefangen genommen werden und den Feind dann mal zu Gesicht bekommen, was es halt im ersten Teil nicht gibt. Das ist ja im zweiten Teil auch so, es bleibt komplett anonym, aber das wäre vielleicht ganz interessant gewesen, wenn sie kurz irgendwie Kontakt mit wem gehabt hätten. Aber dann hätte man auch wieder zeigen müssen, wer der Gegner ist. Und dann noch ein Kritikpunkt ist dieser Zwist, dieser Konflikt mit dem Herrn Goose, beziehungsweise Goose Junior, dem Sohn von Goose. Das fand ich zu schablonenhaft, zu schwarz-weiß. Das hätte ich besser gefunden, wenn die das ein bisschen ambivalenter, ein bisschen nuancierter gemacht hätten. Ja, dass beide schon irgendwie Vater- und Sohn-Gefühle gegenseitig haben und generell sich auch mögen und freundlich sind. Aber es steht auch irgendwie so unausgesprochen dann doch was dazwischen. Oder man hat es vielleicht schon mal besprochen und man hat gedacht, man hat es hinter sich gelassen. Und dann kommt dieser Konflikt aber doch beim Fliegen miteinander, gegeneinander dann hoch. Ja, das hätte ich irgendwie besser gefunden. Denn hier war es ja teilweise schon so, dass sie sich einfach nur hassen. Oder beziehungsweise Goose Junior ihn so hasst. Also es war mir zu schwarz-weiß. Ich hätte es mir hier ein bisschen nuancierter gewünscht. Hätte ich geiler gefunden. Und dann hätten sie es ja trotzdem irgendwo im dritten Akt kurz eskalieren lassen können. Aber dann wäre es halt nur so ein kurzer Streit gewesen. Und halt nicht ganz so klischeehaft. Ich hasse den einfach. Und mir haben da ein paar Rückblenden gefehlt oder ein paar Fotos zumindest, wie viel Vaterfigur er denn jetzt war für ihn. Das hätte ich mir irgendwie mehr gewünscht. Er sagt das zwar mal, dass er versucht hat, eine Vaterfigur oder einen Vaterersatz so gut wie möglich oder sowas zu sein. Irgend so was sagt er. Man erfährt aber nicht genau, wie es genau gelaufen ist. Da hätte ich mir ein paar Rückblenden oder wenn das zu viel gewesen wäre, halt noch ein paar mehr Fotos einfach gewünscht. Wo er 5 ist und 10 und 12 und 20 und so weiter und so fort. Das hätte ich gut gefunden. Hätte ich besser gefunden. Und das hätte auch dem Goose Junior noch ein bisschen mehr Tiefe gegeben. Auch wenn man da vielleicht mal ein paar mehr Dialoge noch zu sehen bekommen hätte. Oder dem irgendwie eine Freundin an die Backe noch nageln, dass man da auch mal einen Dialog mitbekommt. Dass der ein bisschen mehr Figur statt Schablone wird. Kam aber leider nicht. Und als ich dann den ersten Teil danach nochmal geguckt habe, habe ich auch gedacht, der Tod von Goose im ersten Teil, der war irgendwie interessanter. Hat irgendwie mehr Impact gehabt. Der war so lieb und sympathisch, der Typ. Und der Hitzkopf muss dann auf einmal mit dieser Verantwortung umgehen. Und dann dieses Zweifeln und die Power verlieren kurz vorm letzten Akt. Irgendwie fand ich es interessanter. Und vor allem dieser Umschwung von alberner 80er Trash auf einmal dann auf eine durchaus wahre Tragödie. Und er muss damit umgehen. Ja, fand ich irgendwie besser. Und auch irgendwie eine bessere Story als dieser, wie ich finde, etwas konstruierte und aufgewärmte Konflikt im zweiten Teil zwischen Maverick und Goose Junior. Und am Schluss das Happy End. Das fand ich auch gut. Vor allem mit der Fotowand. Dann nochmal in den letzten Szenen. Und wie Cruise dann auch selbst die Maschine fliegt und die Frau Connelly mit an Bord sitzt. Ja, sie haben halt den Fans einfach das gegeben, was sie wollen. Fand ich durchaus gut. Und auch generell die Story um Tom Cruise fand ich gut. Auch, dass er da am Anfang der Testpilot ist und immer noch so der Draufgänger ist, fand ich gut. Dann haben wir noch die beste und schlechteste Szene, bevor wir zum Fazit kommen. Und zwar die beste Szene fand ich die, die ist auch im Trailer drin. Und zwar, wie der Herr Cruise vom Flugzeugträger startet. Und ja, das ist er nicht selbst. Er fliegt das Ding nicht selbst. Er sitzt hinten drin. Aber das fand ich geil, wie das gefilmt ist und wie man auch sieht, dass es jetzt kein Pille-Palle ist. Ja, wie so kurz der Kopf heftig nach vorne geht und es ganz schön rumst, dass das halt kein Zoobesuch für Achtjährige ist. Das fand ich die beste Szene. Und im Nachhinein fand ich dann die andere Szene auch noch gut. Und zwar, als er ganz am Anfang mit dem Jet da fliegt und dann startet über den Kopf von Ed Harris weg, wenn er es denn selbst war, der da gestanden hat. Und das Dach von dieser Bude so abhebt. Das wusste ich nicht, dass sie das wirklich gedreht haben. Ich dachte, das wäre irgendwie gefakt worden, aber das ist wirklich passiert. Und ich habe dann nur gedacht im Film, wer baut denn so eine Hütte direkt an dieses Rollfeld, an das Startfeld, wenn die Hütte gar nicht dafür gedacht ist, den Start zu überleben. Ja, wenn jedes Mal das Dach flöten geht. Ja, das hat dann der Regisseur. Aber in irgendeinem Video habe ich gesehen, wie der sagt, ja, wir hatten nur einen Versuch und das Dach ist wirklich abgerissen von dem Teil. Dann fand ich es auch eine geile Szene. Und die beste Szene im ersten Teil, als Kontrast dazu, fand ich die Mist-Kerl-Szene aus meiner Analyse. Ja, und das sagt ja auch was aus zum Unterschied erster versus zweiter Teil, dass es beim ersten Teil halt wesentlich weniger um den ganzen Action-Kram geht. Beziehungsweise, dass es halt dieses lustige Drumherum einfach ein bisschen lustiger und ein bisschen spaßiger war. Was ich auch noch ganz gut fand, war, als sie da im Schnee sich gegenseitig ankacken, als Tom Cruise sagt, ja, was hast du dir nur dabei gedacht, ihn so ankackt. Und Goose Junior dann sagt, ja, du hast doch gesagt, ich soll nicht denken. Fand ich lustig. Und dann die schlechteste Szene fand ich, die auf dem Flugzeugträger kurz vorm Einsatz, als dann sein vorgesetzter Kollege da sagt, Captain Mitchell, hier gehören Sie her, machen Sie uns stolz. Fand ich mega peinlich. Das wäre eigentlich so im ersten Teil trashig ganz gut gewesen. Und wie gesagt, die erste Szene in der Bar, wo die jungen Leute aufeinandertreffen und beim Bildern da die Sprüche reißen, wer der Beste ist. Da habe ich nur gedacht, oh ne, jetzt bitte nicht so viel Fokus auf die Nasen da legen. Bitte mehr Tom Cruise und jetzt nicht Tom Cruise zur Randfigur werden lassen. Das hatte ich da noch als Angst ganz am Anfang. Und dann kommen wir zum Abschluss noch zum Fazit und zur Bewertung. Ihr habt es ja schon rausgehört, guter Film, erwachsener als der erste Teil, auch besser als der erste Teil, wenn man es für sich nimmt, aber nicht so kultig und nicht so spaßig. Und deshalb vergebe ich als Schulnote eine 2 oder 2 Minus, weil er sich halt zu sehr auf den ersten Teil, auf die Historie und Legende des ersten Teils verlässt. Aber trotzdem guter Film auch für sich allein, wenn man den ersten Teil nicht kennt. Und Tom Cruise, fand ich generell wieder gut, ist eine Legende, der Typ, egal was man jetzt von ihm halten mag, der hat einfach Eier. Der macht die Filme einfach noch so, wie sie gehören und lässt sich von dem Woke-Kram keinen Mist erzählen. Und insgesamt, wie ich es auch schon erwähnt habe, die Hauptfigur wird respektiert hier vom Film. Den ersten Teil haben sie respektiert, die Fans werden respektiert und den Fans wird das gegeben, was sie wollen, anstatt politisch korrekte Woke-Ideologie aufs Auge gedrückt zu bekommen. Deshalb als Fazit Geschmackssache. Der erste Teil ist für mich trashiger, aber witziger und weniger langweilig. Und der zweite Teil ist weniger trashig, dafür besser und erwachsener. Also am besten, je nach Stimmung, den gucken, wo ihr gerade Bock drauf habt. Ja, gerne mal reinkommentieren. Seht ihr es genauso. Ich habe auch schon andere Reviews gesehen. Da wurde teilweise alles, was ich jetzt gesagt habe, umgedreht. Dann gibt es irgendein Video, das heißt Top Gun Maverick ist perfekt. Da wurde hier gesagt, ganz tiefgründig mit Jennifer Connelly und so weiter. Da wurde fast alles umgedreht von dem, was ich hier gesagt habe. Und der Miles Teller, Goose Junior, wäre ja so viel interessanter als Goose Original. Geschmackssache, sagte der Affe und biss genüsslich in die Seife. Ach, das ist mir so schlecht. Schmeckt das doch gar nicht. Ja, das war es mal für heute. Gerne reinkommentieren, was ihr davon haltet. Gerne ins Forum kommen oder ins Coaching. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten YouTube-Video. Bis dann, haut rein, macht's gut. Ciao. Bis dann, haut rein, macht's. Bis dann, haut rein. Ja, baby. Son.